Was machen Soldaten aus der neutralen Schweiz, wenn sie nichts zu tun haben? Wenn es nach diesen im Internet veröffentlichten Videos geht, dann wird beim Schweizer Militär ganz schön viel rumgeblödelt. Einige Wehrpflichtige haben letztes Jahr zwei kontroverse Facebook-Seiten veröffentlicht. Just Swiss Military Things, sowie Dinge, die man im Militär nicht sagt. Auf diesen werden lustige Videos und Fotos rund ums Schweizer Militär gesammelt. Zum Beispiel werden da Soldaten beim Nickerchen gezeigt. Ein etwas anderer Weihnachtsbaum gebastelt, oder Harry Potter nachgeahmt. Auch die gezeigten Videos sorgen für Aufsehen. Ob Tanzeinlagen, Spielchen mit dem Postkasten, oder waghalsige Stunts mit den Militärfahrzeugen. Nichts wird hier ausgelassen. Den Facebook-Fans gefällt der etwas andere Einblick ins Militärleben. Die beiden Seiten gibt es erst seit wenigen Monaten. Dennoch wurden sie mehr als 55.000 Mal geliked. Die Schweizer Armee selbst ist stinksauer. Sie will sämtliche Beiträge prüfen und eventuell ein Verfahren gegen die Verantwortlichen einleiten. Ander